Hier ist Ihre Jacke, Sir. Nehmen Sie die Jacke nicht mit, Sir? Ich brauchte nur etwas aus den Taschen. Ich hole sie später ab. Ich könnte meine Jacke nicht mitgemacht. Okay, ich will mit dem Kapitel Nein. Wenn Sie die Schmerzen bewegen, zure ich nicht mehr, Oh, oh, oh. Ich werde Sie fliehen, Herr. Dieser Raum wurde, nach dem großen Feuer, 1744, renoviert. C'est gut, danke. Ich bin bereit. Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was ist das? Oh Gott, das ist nur ein Décor. Das hätte ich Explosé. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich kann diese Opa nicht mehr sehen. Die Akustik hier ist fantastisch. Der Saal wurde vom gefeierten Architekten Henri Rochefaux-Lavache entworfen. Hm. Können wir anfangen? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Hey, hey, ça va mon pote, hey, ça va. Sous-titrage ST' 501